Nein, die Finger hat ja ein Mittelschleitchen. Ja. So. Kleine. Warum ruhen? Uh, ist auch einer. Sie wollen alle runter mir. Und der die ganze Zeit und blau pennt die ganze Zeit auf meiner Hand. Ja, dann ist das schön warm. Schatti. Man könnte mir mal helfen, einen zu reden. Sie gehen alle von mir runter. Ja, die kann das nur so. Aber ich glaube, sie brauchen jetzt alle mehr.